Herzlich willkommen zurück. Wir haben bereits erkannt, dass man die Anzahl möglicher Farbmuster, wenn man b blaue und r rote Kugeln in einer Reihe anordnet, mit dieser Formel hier berechnen kann. Also b plus r in Klammerfaktorielle gebrochen durch b faktorielle mal r faktorielle. Das solltest du für dieses Video also bereits wissen, denn dein Ziel für dieses Video ist, die Anzahl der verschiedenen Farbmuster bei zwei schwarzen, zwei blauen, drei roten und einer grauen Kugel zu berechnen. Schauen wir uns gleich die Aufgabenstellung ein bisschen genauer an. Wie bereits erwähnt, zwei schwarze, zwei blaue, drei rote und eine graue Kugel sollen in einer Reihe beliebig angeordnet werden. Die Frage ist nun, wie viele verschiedene Farbmuster können so entstehen? Nimm dir dafür ein paar Minuten Zeit, pausiere dafür das Video und ein kleiner Tipp von mir, die Vorgehensweise aus dem vorigen Video ist auch hier sehr hilfreich. Also gut, dann versuchen wir die Vorgehensweise aus dem vorigen Video jetzt hier an die Situation anzupassen. Als allerersten Schritt könnten wir auch hier die Kugeln nummerieren. Das hat vor allem auch den Vorteil, dass wir jetzt sagen können, dass die Kugeln wirklich alle voneinander unterscheidbar sind. Und wir können sagen, es gibt insgesamt acht faktorielle oder 40.320 mögliche Anordnungen für die acht nummerierten Kugeln. Gut, als nächsten Schritt müssen wir uns überlegen, wie viele Anordnungen jeweils dasselbe Farbmuster ergeben gibt es. Da oben liegt schon ein Farbmuster, das heißt, wir könnten jetzt anhand von diesem Farbmuster versuchen, das herauszufinden. Als allererstes erkennen wir, es gibt zwei schwarze Kugeln, das heißt insgesamt zwei faktorielle Möglichkeiten für die Reihenfolge, in der die schwarzen Kugeln in diesem Farbmuster drinnen liegen. Unabhängig davon gibt es auch noch zweifaktorielle Möglichkeiten für die Reihenfolge der blauen Kugeln, weil das sind wieder nur zwei, also mal zweifaktorielle. Wieder unabhängig davon gibt es jetzt drei rote Kugeln, für die es insgesamt drei faktorielle Möglichkeiten für die Reihenfolge gibt, also noch mal dreifaktorielle und dann gibt es noch eine graue Kugel und der Vollständigkeit halber schreiben wir jetzt auch noch mal eins faktorielle, denn es gibt genau eins faktorielle Möglichkeiten für die Reihenfolge, in der die eine graue Kugel hier drinnen liegt. Na gut, insgesamt ergibt das 24, also es gibt 24 Anordnungen, die jeweils dasselbe Farbmuster ergeben. Als dritten Schritt wollen wir uns jetzt überlegen, was ist jetzt wirklich die Anzahl der verschiedenen Farbmuster. Als erstes, wir wissen schon, es gibt insgesamt acht faktorielle Anordnungen insgesamt. Jetzt ist es aber so, dass jedes Farbmuster 24 mal da drin vorkommt. Das heißt, um die Anzahl der Farbmuster zu berechnen, müssen wir jetzt einfach die acht faktorielle durch die 24, beziehungsweise durch diesen Ausdruck hier, dividieren. Und erhalten damit insgesamt 1680 verschiedene Farbmuster.